hallo liebe weidetierhalter hallo liebe wolfs freunde ich bin mal wieder im burgdorfer holz eine runde drehen abends ist das echt klasse hier kein mensch da man wehnt sich ja regelrecht im urlaub strand liebe strand lieber auch die alpen und den schnee ja und es ist ein bisschen traurig was gerade passiert ist letzten sonntag sind zwei ponys classic ponys gerissen worden und ich glaube letzte nacht bei peiner keine kunst wieder gefahren sein wanderwolf was auch immer aber aber jede missen die ecke ja wissen wir da geht es ruhig auch ab und zu hin obwohl bei der hitze weiß ich nicht ich habe gerade frische losung gefunden vier stück für stück also 33 plus 1 sagen wir es mal so irgendwie ja ich hatte mir gestern schon eine weide angeguckt wo zwei ponys draufstehen mit zwei großferden und schafe davor die sieht für nein auch im ersten moment aus als ob sie voice-abweisend gezäunt ist sechs fachlitze fünf plus ein sechstes nach außen hin ich bin dann mein kopf dagegen gekommen nehmen kopf ich rede ich denn mit der hand und im arm irgendwie quasi jetzt gar nicht und habe keinen strom bekommen und was ein 20 war irgendwie so ein knoten geflecht und dann fing die letzten anderen das knoten geflecht war runter gedrückt und der spalt war ziemlich offen also wenn sich dann da ein wolf noch drauf liegt sozusagen hat er da locker 30 40 zentimetern kommt dadurch aber auch das tor also ihr werdet da gleich das ist nur keine ahnung dreieinhalb meter weiter als da wo der übergriff war und ich will das euch trotzdem zeigen auch wenn es nicht der übergriff war weil es nützt nichts drumherum alles so schön zu bauen wenn das tor wirklich ist das tor ist hier und die drei weiteren einstiege innerhalb von 30 metern sind auch da nützt es vor nichts in der schicke sechsfach glitzen drumherum hast und 3000 volt drauf dass wir zum einstieg ja war ein bisschen dann doch nicht so einfach diese weide zu finden ich habe sie dann heute gefunden aber ich bin nicht hingegangen weil die vier fünf leute da waren und wenn ich keine zeugen mit habe mache ich das nicht also ich bin schon bedroht worden reifen zerstochen schläge angedroht das ganze programm und da habe ich keine lust drauf also ich möchte nur helfen möchte mir das angucken und möchte verbesserungsvorschläge machen und möchte auch erklären dass der wolf eben ein streng geschütztes tier prioritärer art hat ist das heißt dass normalerweise müsste die politik also der landkreis müsste hier dieses gesamte gebiet als ffh schutzgebiet ausweisen also die höchste stufe noch über dem naturschutzgebiet macht natürlich keiner ist zu anstrengend wo kein kläger da kein richter ist das immer so schön und deswegen kommen die damit auch durch eins ist auch klar jetzt schreien natürlich die jäger hier vor ort wieder schießen 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 wir haben so viele und viel zu viele und wir haben 600 und selbst der olaf lies unser umweltminister von der spd sprach noch im juli von 350 und naja wir wissen ja die jäger wie die zählen da haben sie vier kameras da hängen da läuft der wolf von a nach b an allen vier kameras vorbei das ist ein und derselbe wolf aber die jäger zählen eine kamera ein wolf zweite kamera zwei wolf dritte kamera drei wolf 44 wölfe im vierwölfe gesehen erinnere ich mich immer gerne november 2018 im roddiland ist erst meine erste wilde familie burgdorfer die zweite liegt einfach daran dass wir so viel material haben und ich die wie man einen tiere unterscheiden kann die eltern die welpen wechseln ja immer das ist ja auch eine wichtige feststellung halt dass sie nicht ihr leben lang hier bleiben und sich das addiert weil da hört man ja auch 20 wölfe und dann ist da noch ein rudel und ja man braucht nur in die nutztier ist tabelle schauen und dann sieht man wer hat dann eigentlich da oben gerissen war dasselbe wolf wieder der hier unten rum rennt ja ich habe dann aber das glück gehabt dass eine der damen die da ein pferd stehen hat mich im auto überholt hat und anhielt weil sie mich erkannt hat und dann haben wir ein sehr nettes gespräch gehabt und ja ich weiß aber ich finde es ja so bemerkenswert woher weiß er das ist dass sein namenswetter von den grünen und bla 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 ist doch völlig egal leute ich bin ich habe vor 17 jahren meinen ersten wolfsvertrag gehalten ich bin doch kein greenhorn und nicht neu ich habe selbst kommunalpolitik gemacht ich war um eine spd fünf jahre bis wir das auf den keks ging was da so abläuft ist war sie nicht hat ja schon mal für sie strukturen muss man sagen zumindest da wo ich war und dann haben wir lieber eine wählergemeinschaft gegründet zwei banker und ich und das war eine coole sache weil wir die ersten waren die es geschafft haben eine wählergemeinschaft in der gemeinde wedermark zu platzieren wir so wählergemeinschaft wedermark ist mir glaube ich ganz einfach wgw passt es einfach gut und wir sind auch gleich in rat gezogen und weil die mehrheiten so waren haben wir zwei von den 36 ratzahlen in 50 millionen haushalt den es damals gab ist ja schon 15 17 25 26 war die wahl damals schon ewig her aber man lernt daraus halt und meine tochter ist früher auch geritten die wollten fährt aber wir wussten auch scheiße wir machen dieses und jenes und überhaupt und wenn machen wir es richtig und hätten sich richtig machen können aber die hat schon mit ich weiß nicht mehr mit vier oder fünf hat sie angefangen mini chatty und ich habe sie ein zweimal die woche dahin gefahren zum reittraining hat auch ein wie heißt diese scheine da die hat die konnte wie soll ich sagen die konnte gerade über die redung gucken und hat dann auf so einem riesen pferd hat sie dann schon das große reitabzeichen gibt sowas kleines reitabzeichen großes reitabzeichen und ich fand das bemerkenswert die war zweieinhalb konnte schon schwimmen und ski laufen und reiten war ihr ding und dies auch jagden mit geritten das fand ich total geil ich bin dann halt auf dem trecker mit gefahren und auf dem hänger hinten bisher wie das läuft und die ist natürlich mit dem chatty konnte sie nicht über die hürden springen aber während die erwachsenen alle bei der pause bei halbzeit abgestiegen sind saß sie da und geht es endlich weiter und dass das war einfach cool und ja aber es ist ebenso mit 14 15 wurden die interessen dann anders und was eben kein eigenes pferd hatte ja die hat mir damals auch mit den hunden viel geholfen und so wir haben auch hundeausstellungen gemacht um leute kennenzulernen und so weiter also ich will nur damit sagen also ich lebe ja auch mit vielen tieren zusammen und ich kann das alles nachvollziehen und leute ich habe im dezember 2016 meine seelenhündin verloren die hatte ich aus kanada geholt da konnte ja nicht ahnen dass das mal mein seelenhund wird und ich habe die verloren weil mein untergrabungsschutz nur zu 85 prozent gut war er war nicht zu 98 prozent gut und nicht zu 100 prozent gut so 85 prozent und ihr könnt euch vorstellen dass ich mir heute noch vorwürfe mache weil aus kanada geholt einen schwarzen wolfhund gab es in europa 2007 noch nicht das war mein ein und alles und nur weil ich drei kinder von ihr habe und drei enkelkinder und neffen sind bei mir alle verwandt habe ich das noch 14 monaten irgendwie weg gesteckt und deswegen das ist ein lernensprozess ich musste auch lernen nur um jetzt glaube ich vier mal unter durch sie irgendwie begriffen haben scheiße wenn strom hast sehr gut nun müssen strom auch an machen oder ich habe so ein beschissenen sandboden hatte nur so einen einen meter erdungsstab er denn zwei meter am besten zwei zwei meter erdungsstäbe rein gemusst und das wusste ich aber damals alles nicht hatte nur 3000 volt und dann für 16 euro diese 200 meter weißen litzen was so sechs dritte rein gekordelt sind und erst das war alles kokolores da musste ich alles erst lernen und das ist bei euch so ähnlich entschuldige ich will euch duze aber deswegen wir haben im roddiland ja eine ähnliche situation gehabt das rodewald rudel hat lasst mich kurz überlegen weihnachten weihnachten 2018 haben sie mini shetty gerissen und das folgen dazu das dritte war nur verletzt nur zwei nicht verniedlichen trennen und dann zwei wochen später haben sie dann in eastern fohlen gerissen das waren vier stuten mit vier fohlen und die hatten eins dazu gekauft dass keine mutter dabei hatte keine stute zorn war damals 50 meter 15 meter zwei litzen und die sind aus dem wald gekommen darauf und haben es zerlegt und war natürlich polen offen ich glaube dann gab es noch noch ein fall irgendwie naja und dann wisst ihr ja juni 2020 gab es diese geschichte mit den zehn hannoveranern eine ältere stute und der rest war irgendwie zwischen zehn monate und 24 monate irgendwie sowas in dem regen also keine erwachsenen tierer ich habe die von klein auf gesehen weil ich damals sehr sehr viel da meinen hunden gassi gegangen bin und ja was ich nicht verstanden habe ist die welpen waren zu dem zeitpunkt 56 kilometer weg ja wissen wir das ist ist ein witz für die tierer die waren nur noch zu dritt roddy ff ist die feer und sohn das war damals junior den den jungen mann aus 2018 er geblieben war da waren vier welpen einer ist überfahren worden einer ist nach brandenburg gelaufen und den haben wir dass sie zu dritt auf so eine 10er weide gehen und ich habe die darum galoppieren sehen und habe gedacht da geht keine sau rauf voll anmutig bonanza war klasse und nach nutzung ja der zaun war damals natürlich nur so zwei stacheldrähte und irgendwie zwei meter entfernt von von dem stacheldraht war dann so eine ach bei 80 zentimetern ein draht da war auch nicht mehr strom auf naja zu der zeit ich habe das dann erst irgendwie drei vier monate später im zdf gesehen drehscheibe ist die sendung glaube ich da war so ein sechs minuten bericht dass so ein jack the ripper von bremen runter wesergebiet die nidenburg bis hameln pyrmont unten runterging und da ja leider tierer misshandelt hat und da habe ich mich immer schon als das passiert ist gefragt warum machen sie keine pathologische untersuchung in nrw haben sie jedes pony untersucht das gerissen worden ist der alte umweltminister steffen wenzel von den grünen hat damals in wietzendorf drei große rinder untersuchen lassen die die wölfe haben die auch gerissen nein die haben nachgenutzt denn die rinder sind an hepatitis gestorben